Hallo, ich bin's, dein Onkel Ageil und wir sind in einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass jetzt die letzten Tage keine Folge kam. Aber ich habe im Moment privat einiges um die Ohren. Ich kam einfach nicht dazu. Ich gelobe Besserung. Fängt ja schon wieder gut an, hallo? Oh, weee, der war lustig, juhu. Äh, komm Schwester, krieg's auch einen Kopfschuss. Ja, wie gesagt, ich gelobe Besserung. Ich, ähm, hoffe, dass ich morgen oder so, ja doch, morgen eventuell dazukomme, ein paar Folgen aufzunehmen. Und ich bin im Moment, ja, uuuh, Schwein gehabt. Also für die Schwestern und keine hat was dabei. Naja, ähm, es kann auch wieder sein, dass es wieder einen oder anderen Ruckler hier drin hat. Denn ich muss im Moment wieder mit dem Laptop aufnehmen. Und da ist die Quali, ja. Ja, super, Idiot. Halt, der nehm kaut. Da ist halt die Quali nicht so gut. Allein, weil der Prozessor halt schon nicht so gut ist. Okay. So, allert voll hier, ne? Allert voll. Ah, da haben wir den schon. Ah, da war der Sprit drin. Eite Sprit. Ja, ähm. Äh, da war das und das und das drin. Na dann. Juhui, juhui. Ja, ich befürchte, ich muss mal zu meinem Häuschen laufen. Denn, ihr seht ja, ich hab im Moment eh keinen Platz mehr. Gucken wir mal. Der war's. Genau. Weiß zwar nicht, brauche ich das überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Naja, nehmen wir's halt mal mit. Ähm, das war der. In den Autos bohnt ja sowieso nichts nach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na gut. Ich geh mal nach Hause, leere meine Taschen und dann komm ich wieder. Ich komm auf jeden Fall wieder. Dann muss ich mal die ganzen Häuschen hier durchsuchen. Ob wir denn hier irgendwo irgendwas Interessantes noch drin haben. Äh, okay. Äh, Scheune. Scheune, Scheune. Scheune ist immer gefährlich. Die mich kennen, die wissen es ja. Also, zumindest für mich ist die Scheune immer gefährlich. Im Normalfall ja eigentlich nicht. Okay, werfen wir mal raus. Ja, es ruckelt etwas, glaube ich, hab ich das Gefühl. So, gucken wir mal. Ich hab jetzt auch längere Zeit nicht mehr gespielt. Ich hab keinen Plan mehr. Ach doch, passt schon. Passt schon. Wie gesagt, ähm, bin in letzter Zeit nicht besonders dazu gekommen. Äh, ich komm auch jetzt nur dazu, kurz eine Folge aufzunehmen. Ähm, und dann muss ich die hochladen und es dauert ewig. Äh, ja. Aber heute kommt noch eine raus. Ich verspreche es. Und zwar die hier. Die kommt heute raus und der kommt heute weg. Was hat er denn dabei? Was trägt er im Hinterkopf? Eine Glasscheibe. Brauchen wir nicht. Ja, manche haben ein Brett vorm Kopf und er hat halt eine Glasscheibe vorm Hinterkopf. Oder hinterm Hinterkopf. Hm. Okay. Na gut. Hm. Ja, und ich glaube, ich muss hier wieder mit einem anderen Programm aufnehmen. Mit Fraps. Ähm, denn mein OBS zeigt mir hier schon wieder hohe CPU-Auslastung an. Und, äh, merkt man, glaube ich, auch bei den Naruklern. Aber, wenn ich mit dem anderen aufnehme, dann brauche ich umso länger Zeit. Denn, dann muss man ja erst umwandeln wieder. Und diese Zeit habe ich heute leider nicht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Naja, es ist geruckelt und ich glaube, gerade in der Aufnahme ist einiges an geruckelt drin. Und, äh, das ist äh, Mist. Na. Hm. Okay. Äh. 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 Hmm. na gut wie gesagt ich hoffe ihr seht es mir nach ihr vergebt es mir ich habe hier natürlich auch wieder die schlechte leitung das heißt ich werde dann gute zwei stunden brauchen bis das video geladen ist mit denen lege ich mich jetzt besser nicht an das könnte bei dem geruckel böse enden das ist nüste gut die eier brauche jetzt im moment verwirrt verwirrt aus niemand backspanne gekillt die lassen jetzt auch mal armes armes häschen und glückliches schwein ich lasse ich nämlich mal leben erleben und erleben lassen und da fahren wir noch eins ach ja ich bin ja ich leider was essen und was trinken sollte ich vielleicht mal das wäre eine sehr gute idee und hier ist es hier ist es hier ist es ja okay jetzt habe ich gerade immer weiß ich wollte ein screenshot machen und habe die aufnahme beendet der profi na gut hier rein so mal gucken was wir hier so haben nicht wahr na gut die kommen hier rein so dass das das die bücher die bücher end cb brauchen ja nein so dass hier ich hatte irgendwo alkohol die leeren gläser hatte ich genau hier sehr schön acht blatt bäcks klasse sehr schön vier splints und ein bier schon ein bürchen haben wir hier irgendwas drin nein nein die armlehne weil die es nicht mehr nehmen zack öhm ok ok die kann mal hier rein ähm 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 naja das ist natürlich blöd jetzt nimmt er nochmal von vorne auf muss ich dann gucken wie ich die beiden videos zusammen bekomme und jetzt mache ich mir da unten nochmal in die kiste hin nochmal mit erster hilfe sachen ähm ähm äh ich brauche nicht so viele ähm die können wir hier lassen die lasse ich auch mal hier so jetzt werden wir wieder eigentlich mausen leer aber äh habe ich jetzt das buch schon gelernt oder nicht haha ja ja nee nee ähm äh ja hallo irgendwas hat da jetzt nicht hingehaut so 126 äh nee äh brauche ich beim besten Willen jetzt erstmal nicht 32 dürften erstmal genügen gucken wir mal was haben wir denn eigentlich so an aha aha ich habe ja noch gar kein Oberteil an sehe ich gerade und kein Bananer ja sag mal na sag mal wie lauf ich denn ja wie da rum ne so in der Zwischenzeit hole ich mir mal die leeren Gläser hier raus und gehe mal aufs Klo und fülle sie wieder auf lecker 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 nur immer gucken dass da nichts drin schwimmt ne bäh zack so haben wir denn den Topf hier haben wir den Topf zack und zack und vielleicht das habe ich hier noch genau nehmen wir mal die damit äh 28 20 mal so hin rein und 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 äh mh 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 nehmen wir halt einstweilen etwas Holz so und guck jawohl dann guck mal ey gucke mal so also dann craften wir mal ich glaube Lederboots weiß ich gar nicht äh Klos Fragment naja machen wir halt einfach mal Leder haben wir ja im Moment glaube ich genug so einmal einmal dann Leder Leck auch mal also dann einmal zweimal einmal so und das kommt in den müllsack das t-shirt könnte ich habe sogar ein hemd passt 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 jetzt aber so genau so 19.58 was haben wir denn hier die hier naja, nehmen wir den auch mit dann machen wir mal so weiß nicht, ob das eine gute Idee ist aber wird sich herausstellen dann kann ich gleich morgen früh wieder anfangen die Fortschüsse anzufeuern Fortschüsse Fortschüsse hier ähm 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 die hier könnte man mitnehmen dann könnten wir da nämlich ähm ähm gleich wieder das brauchen wir natürlich auch können wir da natürlich gleich wieder Bullet-Tipps machen so okay und da die Hülsen draus gut ähm 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 wisst ihr was ähm 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 182 Steine ähm ähm äh ähm 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 Ja, doch. Egal. So. Ach. Scheiß drauf. Die stellen wir tatsächlich hier mit rein. Egal. Egal. Wir sind da unten einigermaßen gesichert. Und, na, was ist denn? Jetzt, warum funktioniert das nicht mehr? Hallo? Nee. Okay. So war das nicht geplant. Nee, so auch nicht. So war das geplant. Genau. Und jetzt machen wir nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh. Die Aaron Ingep mold. Okay. Dann brauchen wir die Ingep. Und dann machen wir uns noch die... Na, komm her. Die Press Ingep. So. Okay. Dann. Ähm. Zack. Zack. Wie lange? 20. Natürlich. Und dann machen wir das Ding da noch mit. Und das, was wiegt denn? Das ist da? Das könnte gerade reichen. Nein. Reicht natürlich. Reicht natürlich nicht. Ähm. Ja. Blöde Idee. Ja, richtig blöde Idee. Naja, gut. Ich kann's jetzt nicht ändern. Okay. Ähm. Da ich nicht weiß, wie lange ich vorhin aufgenommen habe. Wird diese Folge halt hier jetzt mal zu Ende sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt dazukomme. Dann morgen. Ja, ich kann's jetzt dazukommen. Naja, die sind's. Okay. Aha. Oh ja. Ich will mal ne Klappe wieder. Aufmachen. Und. So, das war es jetzt schon wieder, oder? Ja. Na gut. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann eventuell morgen dazu komme, wieder ein paar Folgen aufzunehmen. Die dann gleich hochzuladen. Denn ich muss für so eine Folge zum Hochladen ja, roundabout zwei Stunden rechnen. Ja, na gut. Okay. Ja, ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder einen Kommentar oder beides. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.